Die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Digitalisierung, Klimawandel, New Work oder künstliche Intelligenz stellen die Wirtschaft vor besonders komplexe Aufgaben. Diese Herausforderungen können häufig nicht mehr allein durch das Wissen und die Kreativität im eigenen Unternehmen gelöst werden. Ein Lösungsansatz ist das Prinzip der offenen Innovation, Open Innovation. Es steht für die Einbindung von AkteurInnen aus dem Umfeld des Unternehmens und die Zusammenarbeit an innovativen Lösungsansätzen für die großen Themen unserer Zeit. Die Potenziale des Prinzips der offenen Innovation für Unternehmen möchten wir Ihnen mit einem speziellen Weiterbildungsangebot näher bringen. Open Innovation ManagerIn. Diese kostenlose Fortbildungsreihe, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, umfasst neun Module. Vom Grundprinzip der offenen Innovation bis zu seiner konkreten Anwendung im Unternehmen und im Zusammenspiel mit verschiedenen externen Innovationspartnern. Durch die Weiterbildung lernen Sie, wie das Prinzip der offenen Innovation funktioniert und welche Potenziale es mit sich bringt. Welche wichtigen Schritte ein Unternehmen zur Umsetzung von Open Innovation gehen sollte. Wie eine Zusammenarbeit mit Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung oder Gesellschaft funktionieren kann. Und wie moderne Innovationsmethoden dafür eingesetzt werden können. Bringen Sie das Prinzip der offenen Innovation in Ihr Unternehmen.